Dieser Vorfall ereignete sich in Frankreich. Die Hauptfigur dieser Geschichte heißt Lydia Guado. Sie wurde am 13. November 1962 in einer Stadt namens Maison Alfort im Departement Val-de-Marne geboren, die neun Kilometer von Paris entfernt liegt. Um diese Geschichte zu beginnen, müssen wir in die Vergangenheit reisen. Lydias zukünftige Eltern Raymond Guado und seine Braut Jacqueline heirateten 1956. In den ersten Jahren ihrer Ehe bekamen sie zwei Kinder, einen Jungen, Bruno, und seine Schwester Nadia. Auf den ersten Blick schien die neu gegründete Familie in jeder Hinsicht normal zu sein. Einige Zeit nach Nadias Geburt wurde ihr Vater Raymond jedoch wegen bewaffneten Raubüberfalls vor Gericht gestellt und zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Während der Mann im Gefängnis saß, begann seine Frau Jacqueline eine stürmische Affäre mit einem bestimmten Mann, in deren Folge die Frau schwanger wurde. Bei einem der erlaubten Besuche informierte Jacqueline ihren Mann darüber und machte deutlich, dass das Kind nicht von ihm sei. Trotzdem reagierte Raymond verständnisvoll auf die Informationen, die er hörte und äußerte den Wunsch, das Kind anzuerkennen, das aus der außerehelichen Affäre seiner Frau hervorgegangen war. Bald wurde ein Mädchen geboren, das Lydias Guado getauft wurde. Ein paar Jahre später wurde der Mann freigelassen. Fast sofort brach er die offiziellen Beziehungen zu seiner Frau Jacqueline ab, die mit drei Kindern allein zurückblieb. Offenbar hatte die Frau nicht viel Liebe für ihren Nachwuchs. In diesem Zusammenhang beschloss sie, sie einer sozialen Organisation zu übergeben, die sie bald in einer Pflegefamilie unterbrachte. Den vorliegenden Daten zufolge hatten die Kinder Glück und fielen in die Hände einer Familie, die sie nicht nur als Familie liebte, sondern ihnen auch alles gab, was sie für den Beginn eines neuen Lebensabschnitts brauchten. Trotz Brunos Unterstützung hoffte das älteste Kind immer, dass seine leiblichen Eltern ihn und seine Schwestern holen würden. Darüber hinaus machte er den Schwestern sogar Hoffnung, dass dies eines Tages geschehen würde. Noch im Gefängnis sah Raymond in der Zeitung eine Anzeige in der Dating-Rubrik einer bestimmten Frau namens Lucien Ulpate und reagierte darauf. Bald begann eine Korrespondenzbeziehung zwischen ihm und Lucien. Als Raymond frei war, fand er diese Frau und heiratete sie bald. Nach der Heirat kam dem Mann die Idee in den Sinn, dass er seine Kinder mit allen Mitteln zurückbekommen müsse. So brach eines Nachts der Mann mit einer Waffe in der Hand in das Haus einer Familie ein, die seine Kinder hatte. Als sie den Lärm im ersten Stock des Hauses hörten, bekamen die Mädchen große Angst. Nadia konnte sich nicht erinnern, wie ihr Vater aussah und Lydia kannte den Mann überhaupt nicht. Sie hatten den Eindruck, dass es kein anderer als der Oger war, der sie fressen würde, da sie nicht rechtzeitig einschliefen. Dadurch gelang es Raymond trotz des Widerstands der Hausbesitzerin, die dem Mann mit der Polizei drohten, die Kinder von der Pflegefamilie abzuholen und in sein Auto zu setzen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass das Vorgehen dieses Mannes rechtliche Konsequenzen für ihn hatte. Vielleicht hatten die Vertreter der Pflegefamilie einfach Angst vor Raymond und meldeten die von ihm begangene Entführung nicht der Polizei. Nach mehreren Stunden unterwegs brachte der Mann seine Kinder zu sich nach Hause. Dort stellte er den Kindern Lucien vor und sagte, sie sei ihre neue Mutter. Was bedeutet, dass sie ihr nun gehorchen müssten? Offenbar verliefen die ersten Jahre ihres gemeinsamen Lebens relativ ruhig. Zumindest entsteht dieser Eindruck anhand von Familienfotos, die in dieser Zeit entstanden sind. Die Familie zog in ein neues Haus an einem ruhigen und gemütlichen Ort. Raymond erhielt Geldleistungen und baute gleichzeitig sein eigenes Unternehmen auf, das den sofortigen Druck von Karten für alle Gelegenheiten sowie verschiedene Büromaterialien anbot. Lucien arbeitete auch zeitweise im Unternehmen ihres Mannes, war jedoch hauptsächlich mit Bürotätigkeiten beschäftigt. Mit der Zeit begann sich das Leben der Familie dramatisch zu verändern. So wurden die etwas älteren Kinder von ihrem Vater und ihrer Stiefmutter grausam behandelt und körperlich angegriffen. Das erste, woran sich Lydia aus dieser Zeit erinnerte, war, wie Raymond ihren Bruder Bruno schlug, weil er mit dem Nachbarskind gespielt hatte. Als das Ehepaar Guardo zur Arbeit ging, stellte es junge Mädchen ein, die sich um die Kinder kümmern sollten. Als Raymond nach Hause zurückkehrte, zwang er diese Mädchen, mit ihm Alkohol zu trinken. Einmal versuchte der Mann sogar, eines der Mädchen zu einer Intimität zu überreden, aber sie konnte entkommen. Später kam der Vater des eingestellten Mädchens ins Haus, um die Sache mit Raymond zu klären, und verletzte ihn dabei schwer. Danach stellte der Mann keine Kindermädchen mehr ein. Einige Zeit nach diesem Vorfall kaufte Raymond einen Wohnwagen, um mit seiner Familie in den Urlaub ans Meer zu fahren. Am Ziel angekommen, verbrachten Mitglieder der Familie Guardo wie andere Urlauber Zeit am Strand und schwammen im Wasser. Es geschah jedoch noch etwas anderes, das über das normale Verhalten hinausging. Als Raymond im Wasser war, ging er auf seine Tochter Nadja zu und drückte sie auf unnatürliche Weise an seinen Körper. Das Mädchen versuchte, sich aus der Umarmung ihres Vaters zu befreien, aber das provozierte ihn nur. Von diesem Moment an wurde Nadja zum Objekt von Raymonds perversen Begierden. Lydia erinnerte sich, dass sie eines Tages das Weinen und Flehen ihrer Schwester aus dem Wohnwagen hörte. Da fing alles an. Raymond beging das erste Sexualdelikt an einer seiner Töchter. Seitdem sind regelmäßige Schläge und andere, noch schrecklichere Handlungen der Guardo-Ehepartner gegenüber Kindern zur Norm geworden. Bruno und Nadja hörten auf, die Grundschule zu besuchen, während Lydia nicht einmal wusste, was das war. Sie wurde im Allgemeinen mit der grausamsten Behandlung behandelt. Vielleicht lag das daran, dass sie nicht Raymonds eigene Tochter war. Ein paar Jahre später, etwa 1971, als Lydia gerade acht Jahre alt war, begann das richtige Mobbing. Die erste dokumentierte Gesundheitsschädigung wurde von Lucien begangen. Anscheinend, weil Lydia sich beim Spielen draußen sehr schmutzig gemacht hat, in diesem Zusammenhang setzte die Stiefmutter das Mädchen in ein Bad mit kochendem Wasser und Bleichmittel. Lydia erinnerte sich später, dass sich ihre zarte Babyhaut sofort ablöste und an die Wasseroberfläche stieg. Als Raymond in diesem Moment die Schreie des Mädchens hörte, rannte er ins Badezimmer und zog Lydia aus dem Wasser. Er legte das Kind auf das Bett und versuchte, Pflanzenöl auf die Verbrennungen aufzutragen, merkte aber bald, wie schwer die Wunden waren. Daraufhin musste das Mädchen ins Krankenhaus gebracht werden. Später wurde festgestellt, dass Lydia Verbrennungen dritten Grades erlitten hatte. Um die Verantwortung für die Taten seiner Frau zu beseitigen, machte Raymond die Stadtverwaltung für alles verantwortlich, die seiner Meinung nach zu heißes Wasser in den Wasserhahn leitete. In der Zwischenzeit wurde das Mädchen zunächst auf die Intensivstation und dann in die Verbrennungsabteilung der Stadt Lyon verlegt, wo sie mehrere Monate blieb. Daher musste sich Lydia mehreren Hauttransplantationen unterziehen. Raymond war immer für sie da, aber nicht, weil er ein guter Vater war. Er tat dies nur, damit das Mädchen nicht erzählen konnte, was wirklich passiert war. Irgendwann hatte der Mann genug vom Krankenhausaufenthalt und sagte, er würde seine Tochter mitnehmen und sie würden die Behandlung zu Hause fortsetzen. Die Spezialisten, die sich mit Lydias Gesundheit befassten, äußerten ihre Ablehnung dieser Entscheidung. Raymond nahm jedoch die Unterstützung ihres Hausarztes in Anspruch, der eine Bescheinigung ausstellte, dass er das Kind weiterhin persönlich behandeln würde. Daraufhin hob Raymond Lydia auf und trug sie aus der Verbrennungsabteilung. Zu Hause begann der Mann tatsächlich, das Mädchen zu behandeln. Er badete sie, wechselte regelmäßig ihre Verbände und begann gleichzeitig, sie zu berühren. Eines Tages kam Raymond mit einer Kamera nach Hause und sagte, er müsse ein paar Bilder an die Versicherungsgesellschaft schicken. Zuerst machte er ein Foto von Lydia, forderte sie zum Lächeln auf und machte dann mehrere Fotos von ihren Intimbereichen. Einige Zeit später wandte sich Raymond erneut an seine jüngste Tochter und erzählte ihr, dass ihr Hausarzt ihr Äther verschrieben hatte. Daher zwang der Mann das Kind, es einzuatmen. Danach befand sich das Mädchen in einem halbbewusstlosen Zustand, obwohl ihr klar war, dass ihr Vater ihr zu diesem Zeitpunkt etwas Seltsames und Schmerzhaftes antun würde. In diesem Moment beging der Mann sein erstes Verbrechen gegen Lydias sexuelle Integrität. Zu diesem Zeitpunkt hielt Raymond's Frau, die neben ihm stand, ihn nicht nur nicht auf, sondern ermutigte im Gegenteil ihren Mann. Das Mädchen war fast neun Jahre alt und begann das, was mit ihr geschah, als etwas Normales zu betrachten. Sie dachte, dass ihr Vater sie liebte, was bedeutete, dass an seinen Handlungen nichts falsch sein konnte. Jahre später erklärte sie in einem Interview mit einer französischen Fernsehsendung, wie ihr Vater seine schrecklichen Taten rechtfertigte. Ihr zufolge habe er seinen Kindern gesagt, dass er dies tue, um ihnen ein gutes Gefühl zu geben. Der Mann argumentierte unter anderem, dass er als Vater jedes Recht dazu habe. Im Jahr 1975 zog die Familie Guardo in das Dorf Calonne, das im Département Saint-Émarn etwa 40 Kilometer von Paris entfernt liegt. Am neuen Ort wurde der Missbrauch der Kinder durch die Ehegatten fortgesetzt. Zudem besuchten die Jugendlichen noch immer keine Schule und hatten praktisch keinen Kontakt zur Außenwelt. Nach seiner Rückkehr zur Arbeit konnte das Familienoberhaupt die Erlaubnis erhalten, seinen Wohnwagen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums abzustellen. Um auf sein Geschäft aufmerksam zu machen, platzierte er Fotos von Lydias nackten Beinen am Auto, die fast vollständig mit Verbrennungen übersät waren. Neben den Fotos hingen Plakate mit der Information, dass das Mädchen durch Verschulden der Behörden verbrannt wurde und dass diese ihr immer noch keine Entschädigung gezahlt hatten. Auf diese Weise erweckte der Mann den Eindruck eines Vaters, der die Öffentlichkeit zu Aufmerksamkeit und Gerechtigkeit auffordert. Als es ihm schien, dass Fotos allein nicht ausreichten, zwang er Lydia, ihn zu begleiten und stellte ihre schrecklichen Narben öffentlich zur Schau. Dann nutzte er das Mitleid der Versammelten aus, verkaufte problemlos seine Waren und füllte seine Taschen mit Geld. Der erste Mensch, der beschloss, dem Mobbing gegen Raymond und seine Frau ein Ende zu setzen, war Bruno. Einmal versuchten er und seine Schwestern bereits zu fliehen, wurden aber bald entdeckt und bestraft. Nach diesem erfolglosen Versuch konnte jedoch ein 15-jähriger junger Mann, der viele Jahre lang körperlichen Angriffen ausgesetzt war, fliehen. Berichten zufolge wandte sich der junge Mann an die Polizei und informierte sie über die Situation im Haus seiner Eltern. Trotzdem wollten die Regierungsbeamten nicht verstehen, was sie hörten und übergaben den Teenager einfach in eine andere Pflegefamilie. Unterdessen litten die Schwestern des jungen Mannes weiterhin unter den Neigungen ihres Vaters. Als die Mädchen älter wurden, begannen sich Brüste zu bilden. Als Raymond dies bemerkte, begann er sie so fest mit elastischen Bandagen zu verbinden, dass seine Töchter Schwierigkeiten beim Atmen hatten. Die Verbände selbst verwandelten sich schließlich in stinkende Lumpen, da der Mann mehrere Monate lang verboten hatte, sie zu entfernen. Er wollte nicht, dass sich jemand außer ihm um seine Töchter kümmerte. Einige Jahre später tauchte Bruno wieder auf. Der reife junge Mann kehrte für seine Schwester Nadia zurück, die zu diesem Zeitpunkt bereits das Erwachsenenalter erreicht hatte. Am Ende konnte er sie retten, während Lydia noch in Gefahr war. Ihr Zimmer wurde zum dunklen und feuchten Dachboden des Hauses, in dem Raymond, ohne Angst zu kennen, all seinen perversen Fantasien freien Lauf ließ und sie dreimal am Tag verspottete. Lydia hat ihrer Schwester und ihrem Bruder nie verziehen, dass sie sie dort zurückgelassen haben. Sie versöhnte sich nicht und schaffte es mehr als einmal, von zu Hause wegzulaufen, doch ihr Vater verbreitete die Information, dass seine jüngste Tochter an einer Geisteskrankheit leide. Als sie sich daher an die Behörden wandte, brachten diese sie sofort nach Hause zurück. Nach einer weiteren Flucht legte Raymond das Mädchen vollständig an die Kette. Als Lydia 18 wurde, beschloss ihr Vater, dass es für sie an der Zeit sei, seine Kinder zur Welt zu bringen. Der Mann war so bestrebt, seine Idee in die Tat umzusetzen, dass er nach jedem Akt der Intimität die Beine des Mädchens fesselte, angeblich um die Chance auf eine Schwangerschaft zu erhöhen. Im Alter von 19 Jahren wurde Lydia zum ersten Mal schwanger und verbrachte fast die gesamten nächsten neun Monate an der Leine. Damit wollte der Mann mögliche Abtreibungsversuche des Mädchens verhindern. Lydia brachte am 8. Dezember 1982 ihr erstes Kind zur Welt. Der Junge wurde zu Ehren seines Vaters Raymond genannt. Anschließend gab Lydia ihren Fluchtversuch nicht auf, doch Raymond fing sie immer wieder ein und bestrafte sie hart. Eines Tages war sie sechs Monate lang auf dem Dachboden eingesperrt. Während dieser Zeit misshandelten ihr Vater und ihre Stiefmutter sie wiederholt, oft mit improvisierten Mitteln und Küchenutensilien. Die Ratten wurden die einzigen Freunde des Mädchens. Dem ersten Kind folgten fünf weitere Kinder, die im Zeitraum von 1986 bis 1996 geboren wurden. Berichten zufolge war das letzte Kind, das Rudy hieß, nicht Raymonds Sohn und wurde von Lydia bei ihrer nächsten Flucht gezeugt. Die Kinder waren natürlich der große Stolz ihres widerlichen Vaters. Zunächst wussten sie nicht einmal, wer ihre wahre Mutter war. Nachbarn, Lebensmittelladenbesitzer und sogar lokale Regierungsbeamte kamen, um das Oberhaupt einer großen Familie zu begrüßen und ihm seinen Respekt zu erweisen. Raymond wiederum verbarg die Herkunft seiner Kinder nicht. Diese Information war so etwas wie ein offenes Geheimnis. Jedes Mal, wenn Lydia sich auf die Geburt vorbereitete, brachte der Mann sie in ein Krankenhaus außerhalb ihrer Gegend und zwang sie unter Androhung des Todes zu sagen, dass er ihr Partner und Vater der Kinder sei. Raymond wusste genau, wie man ein Mädchen manipuliert und Lydia hatte einfach weder die Kraft noch die Mittel, ihm zu widerstehen. Das Ende dieser Geschichte kam im Jahr 1999. Als Diabetiker begann Raymond Guardo ernsthaft zu erkranken. Im Allgemeinen kümmerte er sich nie um seine Gesundheit. Diesmal verschlechterte sich die Situation jedoch erheblich und dem Mann wurden mehrere Zehen am linken Fuß amputiert. Nach der Operation missachtete der Mann erneut die Empfehlungen der Ärzte und brachte sich dadurch in einen kritischen Zustand. Eines Tages besuchte Lydia ihn im Krankenhaus und erfuhr, dass er in der Nacht zuvor an einer Lungenembolie gestorben war. Als das Mädchen diese Nachricht hörte, brach es in Tränen aus. Es war, als hätte sie in einem Augenblick alles vergessen, was ihr durch die Schuld des Verstorbenen widerfahren war. Später konnte Lydia selbst den Grund für eine solche Reaktion auf den Tod des Mannes, der sie so lange verspottet hatte, nicht erklären. Vielleicht lag es daran, dass Raymond trotz allem die einzige Konstante in ihrem elenden Leben war. Nachdem sie das Krankenhausgebäude verlassen hatte, erinnerte sich das Mädchen daran, wie sie dem Raymond einmal schwören musste, dass sie ihr Leben sofort nach seinem Tod aufgeben würde. Offenbar hatte die jahrelange Kontrolle des Verstorbenen Auswirkungen auf Lydias Bewusstsein. Sie fuhr zur nächsten Brücke und sprang ohne zu zögern in den Fluss. Als sie fiel, verlor sie das Bewusstsein und als sie wieder zu sich kam, wurde sie von Rettern umzingelt, die sie aus dem Wasser zogen. In diesem Moment wurde ihr klar, dass der Schrecken der Vergangenheit hinter ihr lag. Damit endete eine Geschichte voller Mobbing, Aggression und Inhaftierung, die 28 Jahre dauerte. So wurde Lydia endlich frei. Zu ihrem eigenen Bedauern verspürte sie nicht die geringste Genugtuung darüber, dass Raymond Gerechtigkeit widerfahren war. Nach ihrer Freilassung stand Lydia als Analphabetin und arbeitsloses Mädchen vor mehreren schwierigeren Prüfungen. Sie musste ihr Leben neu aufbauen. Darüber hinaus musste sie Beziehungen zu ihren Kindern aufbauen, die von ihrem Vater und ihrer Stiefmutter großgezogen wurden, da ihr jede Kommunikation mit ihr verwehrt blieb. Glücklicherweise leisteten die Behörden nach vielen Jahren der Ignorierung des bestehenden Problems Unterstützung. So durfte Lydia zunächst in dem Haus bleiben und wohnen, in dem sie gefangen gehalten wurde. Allerdings traute sie sich nicht mehr auf den Dachboden zu gehen, weil sie dort unsagbaren Misshandlungen ausgesetzt war. Lydias Stiefmutter, die damals 68 Jahre alt war, erschien erst im Jahr 2007 vor Gericht. Leider konnte in ihrem Fall nicht von einem Sieg der Gerechtigkeit gesprochen werden. Eine ältere Frau wurde zu einer Bewährungsstrafe von drei Jahren verurteilt, weil sie nicht verhindert hatte, was ihr Mann vor ihren Augen begangen hatte. Gegen dieses Urteil wurde später Berufung eingelegt und auf vier Jahre Bewährungsstrafe erhöht. Im Jahr 2008, als die Medien wegen eines weiteren Falles einer Frau, die lange Zeit inhaftiert war, für Aufregung sorgten, fasste Lydia den Mut, allen von ihren eigenen Erfahrungen zu erzählen. Sie war immer noch Analfabetin. Dank der Zusammenarbeit mit dem Journalisten und Schriftsteller Jean-Michel Karat konnte die Frau jedoch ein Buch veröffentlichen, in dem sie ihren dornigen Weg in die Freiheit beschrieb. In ihrem Buch kritisierte sie unter anderem verschiedene Regierungsbehörden, die sie ihrer Meinung nach in den Tagen ihrer Flucht in die Hölle zurückgeschickt hätten, ohne auch nur den Versuch zu machen, die Situation zu verstehen. In dem Buch widmete Lydia ihrer Stiefmutter besondere Aufmerksamkeit einer Frau, die all die Jahre nicht nur am Rande stand, sondern sich auch aktiv an körperlichen Gewalttaten gegen sie und andere Kinder beteiligte. Auch das medizinische Personal, das ihre Verletzungen wie Verbrennungen, Prellungen und Schnittwunden so oft behandelte, konnte sich der Kritik nicht entziehen. Laut der Frau haben die Mitarbeiter der medizinischen Einrichtungen einfach die Augen vor den offensichtlichen Tatsachen ihrer Misshandlung verschlossen und es vorgezogen, am Rande zu bleiben. Aus ungefähr dem gleichen Grund schimpfte Lydia mit ihren Nachbarn. Ihrer Meinung nach hörten diese Menschen täglich die Schreie der Kinder, trauten sich aber trotzdem nicht, die eine oder andere soziale Organisation zu kontaktieren und deren Mitarbeiter zu einem Besuch bei ihnen zu Hause einzuladen. Und schließlich machte Lydia das gesamte französische Justizsystem für die Untätigkeit verantwortlich, das ein unverständliches Urteil gegen ihre Stiefmutter verhängte. Nach der Veröffentlichung ihres Buches erfuhr die Öffentlichkeit von dem Schrecken, den sie durchmachen musste. In diesem Moment erklärte Lydia, dass sie sich endlich nicht einsam fühle. Sie bemerkte, dass es während des Schreibens des Materials einige Leute gab, die sagten, sie solle nicht über das sprechen, was mit ihr passiert sei, da es sich dabei eher um persönliche Details handele. Sie war jedoch der Meinung, dass Opfer solcher Verbrechen über alles reden sollten, weil so andere Menschen gerettet werden könnten. Im Jahr 2014 erschien ein Buch mit dem Titel Ordinary Intest von der Ethnologin Leonor Lequin, einer Mitarbeiterin des Nationalen Zentrums für Wissenschaftliche Forschung Frankreichs, einer der renommiertesten Institutionen der Welt. In dieser Veröffentlichung sprach die Autorin über Lydias Fall auf der Grundlage einer einjährigen ethnografischen Studie, die in der Stadt Calon durchgeführt wurde, wo sich die wichtigsten Ereignisse stattgefunden haben. Leonor versuchte zu verstehen, warum keiner der Bewohner Raymonds Taten verurteilte oder den Strafverfolgungsbehörden den Tatbestand des Mobbings meldete. Vielleicht lag die Antwort auf diese Frage in einem Satz eines der befragten Bewohner verborgen. Auf eine Frage des Autors des Buches antwortete dieser Mann, dass seiner Meinung nach das, was hinter den Türen des Hauses passiert, dort bleiben sollte. Einige Zeit nachdem Lydia ihre Freiheit erlangt hatte, traf sie einen Mann namens Sylvain Skirla. Sylvain war offenbar der Mann, der in das Leben der Frau trat, um ihre Seele von starken Schmerzen zu heilen. Kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten, heiratete das Paar und bekam zwei Kinder. Lydia sagte, sie habe Hoffnung in ihrem Mann gefunden. Nachdem sie die Liebe ihres Lebens kennengelernt hatte, gab die Frau den Medien mehrere weitere Interviews und beteiligte sich auch an der Erstellung mehrerer Dokumentarfilme über ihre Geschichte. Sie lebt noch immer mit unauslöschlichen Erinnerungen an ihre Gefangenschaft. Darüber hinaus erinnern sie die Narben an ihrem Körper ständig daran. Ende der 2000er Jahre wandte sich Lydia mit Unterstützung eines Anwalts an die Justizkommission, um Zahlungen zu erhalten, die Opfern bestimmter Straftaten zustehen. In ihrer Berufung machte sie geltend, dass ihr zusätzlich zu den Folterungen und Misshandlungen durch ihre Erziehungsberechtigten auch die Möglichkeit einer Ausbildung verwehrt worden sei, was ihre Arbeitssuche zweifellos erschwert habe. Zudem war sie nicht einmal bei der Sozialversicherung angemeldet, da sie noch immer nicht schreiben konnte und daher die notwendigen Formulare nicht selbst ausfüllen konnte. In der Berufung hieß es unter anderem, dass sie aufgrund der Verbrennungen, die sie sich in jungen Jahren zugezogen hatte, einen gewissen Grad an Behinderung erlitten habe. Daher war es für Lydia wichtig, mehrere Dinge zu erhalten. Erstens, dass ihr Status als Opfer rechtlich anerkannt würde und zweitens, dass sie Geld vom Staat erhalten wollte, um ein Haus zu kaufen, damit sie nie an den Ort zurückkehren würde, an dem sie gefoltert wurde. Und drittens, die Möglichkeit zu haben, im Rahmen des allgemeinen Bildungsprogramms Einzelunterricht zu erhalten und zu bezahlen. Am 16. November 2009 wurde bekannt gegeben, dass die Entschädigungskommission für Opfer von Straftaten Lydia eine Summe von 100.000 Euro zugesprochen hatte. Auch ihre Kinder, die sie mit Raymond hatte, erhielten eine Entschädigung. Wie bekannt wurde, fanden sie alle normale, stabile Arbeitsplätze, stellten ihr Leben wieder her und gründeten ihre eigenen Familien. Heute ist Lydia 61 Jahre alt. Ihr Weg zu einem normalen und erfüllten Leben war lang und steinig. Ihre emotionalen und physischen Narben erforderten lange Zeit eine spezielle Behandlung. Mit der Unterstützung ihres Mannes konnte sie jedoch wieder ein Leben führen. Sie erschien immer als starke und fröhliche Frau, egal was passierte. Später nahm sie die Kommunikation mit ihrem Bruder und ihrer Schwester wieder auf. Allerdings ist sie nach eigenen Angaben immer noch wütend auf Bruno, weil er sie damals nicht mitgenommen hat. Jeden Tag, wenn sie die Haustür ihres eigenen Hauses öffnet, atmet sie tief durch und erinnert sich mit sinkendem Herzen an einen Moment in ihrem Leben, in dem die Tür nicht aufgeschlossen werden konnte.